Prüfungstraining FIT in Deutsch 2 Test 2 Hören Dieser Prüfungsteil hat vier Teile. Du hörst Sendungen aus dem Radio, Gespräche, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter und Durchsagen. Lies zuerst die Aufgaben, höre dann den Text dazu. Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung. Schreib deine Lösungen zum Schluss auf den Antwortbogen. Wörterbücher und Mobiltelefone sind nicht erlaubt. Teil 1 Du hörst fünf kurze Texte. Du hörst jeden Text zweimal. Wähle für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. Lies jetzt Aufgabe 1 Liebe Zoo-Besucher, verpassen Sie nicht die heutige Flugschau. Um drei dürfen vier unserer größten Vögel frei fliegen und Ihnen zeigen, was Sie durch viel Training mit unseren Mitarbeitern gelernt haben. Sie bekommen Informationen zu den Vögeln und können an einem Quiz teilnehmen und ein Vogelposter gewinnen. Eintrittspreise Kinder gratis Erwachsene 3 Euro Du hörst jetzt den Text noch einmal. Liebe Zoo-Besucher, verpassen Sie nicht die heutige Flugschau. Um drei dürfen vier unserer größten Vögel frei fliegen und Ihnen zeigen, was Sie durch viel Training mit unseren Mitarbeitern gelernt haben. Sie bekommen Informationen zu den Vögeln und können an einem Quiz teilnehmen und ein Vogelposter gewinnen. Eintrittspreise Kinder gratis Erwachsene 3 Euro Lies jetzt Aufgabe 2 Hallo Mama! Ich weiß, dass ich eigentlich um 19 Uhr zu Hause sein muss, aber wir haben gerade so viel Spaß hier bei Emil. Wir wollten alle zusammen noch das Fußballspiel sehen, das gleich beginnt. Und Pizza gibt es auch! Emils Papa backt die beste Pizza der Welt. Ist es in Ordnung, wenn ich noch ein bisschen bleibe? Emils Mama bringt mich dann mit dem Auto nach Hause. Du hörst jetzt den Text noch einmal. Hallo Mama! Ich weiß, dass ich eigentlich um 19 Uhr zu Hause sein muss, aber wir haben gerade so viel Spaß hier bei Emil. Wir wollten alle zusammen noch das Fußballspiel sehen, das gleich beginnt. Und Pizza gibt es auch! Emils Papa backt die beste Pizza der Welt. Ist es in Ordnung, wenn ich noch ein bisschen bleibe? Emils Mama bringt mich dann mit dem Auto nach Hause. Lies jetzt Aufgabe 3 Lies jetzt Aufgabe 3 Und jetzt zu den Nachrichten. In der Erdinger Straße in Aschheim ereignete sich heute Morgen ein Unfall, als ein Motorrad gegen ein Auto fuhr. Vier Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Der 23-jährige Motorradfahrer und der 70-jährige Fahrer des PKW sowie zwei weitere Personen wurden ins ins Krankenhaus gebracht. Die Erdinger Straße bleibt noch eine Stunde gesperrt. Du hörst jetzt den Text noch einmal. Und jetzt zu den Nachrichten. In der Erdinger Straße in Aschheim ereignete sich heute Morgen ein Unfall, als ein Motorrad gegen ein Auto fuhr. Vier Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Der 23-jährige Motorradfahrer und der 70-jährige Fahrer des PKW sowie zwei weitere Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Erdinger Straße bleibt noch eine Stunde gesperrt. Lies jetzt Aufgabe 4 Liebe Kundinnen und Kunden, verpassen Sie auf keinen Fall unsere Angebote in der Kosmetikabteilung. Nur für kurze Zeit bekommen Sie alle Gesichts- und Augencremes zum halben Preis. Nur bei uns. Günstiger geht nicht. Große Auswahl an Gesichtscremes auch für Männer. Außerdem bekommen Sie nur heute alle Kosmetikprodukte für Kinder mit 10% Rabatt. Du hörst jetzt den Text noch einmal. Liebe Kundinnen und Kunden, verpassen Sie auf keinen Fall unsere Angebote in der Kosmetikabteilung. Nur für kurze Zeit bekommen Sie alle Gesichts- und Augencremes zum halben Preis. Nur bei uns. Günstiger geht nicht. Große Auswahl an Gesichtscremes auch für Männer. Außerdem bekommen Sie nur heute alle Kosmetikprodukte für Kinder mit 10% Rabatt. Lies jetzt Aufgabe 5 Liebe Sportsfreundinnen und Sportsfreunde, herzlich willkommen zum diesjährigen Tennisturnier. Achtung! Das Spiel in Halle 1 fängt nicht wie geplant um 12 Uhr an, sondern eine Stunde später. Alle anderen Spiele in den Hallen 2 und 3 finden zur geplanten Uhrzeit statt. Nehmen Sie bitte rechtzeitig Platz. Als nächstes startet in 20 Minuten das Spiel in Halle 2. Viel Spaß! Du hörst jetzt den Text noch einmal. Liebe Sportsfreundinnen und Sportsfreunde, herzlich willkommen zum diesjährigen Tennisturnier. Achtung! Das Spiel in Halle 1 fängt nicht wie geplant um 12 Uhr an, sondern eine Stunde später. Alle anderen Spiele in den Hallen 2 und 3 finden zur geplanten Uhrzeit statt. Nehmen Sie bitte rechtzeitig Platz. Als nächstes startet in 20 Minuten das Spiel in Halle 2. Viel Spaß! Ende Teil 1 Teil 2 Du hörst ein Gespräch. Du hörst den Text einmal. Warum waren Elli, Johann und ihre Freunde letzte Woche nicht im Schulkonzert? Wähle für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I. Wähle jeden Buchstaben nur einmal. Sieh dir jetzt die Bilder an. Getsch resides in der Oberlin bin in der Lage, die die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit in der Mitte. Die Zukunft verlinkt das ganze Zeitung in der Mitte. Ihr hilarst das ganze Zeitung im Schulkonzert. In der Mitte ist die Videokon- und die Aufmerksamkeit. Nope. U fängt mit einer Aufmerksamkeit, die aufmerksamkeit. Das ist ein etwa Von der Pflicht. Und das war heute. Wir erleben die Aufmerksamkeit. Einmal geht uns doch mitmachen. Das war jetzt beginnend. Du hörst jetzt das Beispiel. Hey, Elli! Na, wie geht's? Wie war das Schulkonzert am Samstag? Hi, Johann. Du, keine Ahnung. Ich bin nicht hingegangen, denn ich hatte am Samstag Fieber und bin zu Hause geblieben. Du hörst jetzt den Text. Echt schade. Liam konnte auch nicht hin. Er musste auf seine kleine Schwester aufpassen, weil seine Eltern im Theater waren. Ja, einige von uns sind nicht hingegangen. Carlos wollte nach dem Spanischkurs ins Schulkonzert, hatte dann aber einen kleinen Unfall mit dem Fahrrad. Er hat sich am Bein verletzt und ist dann lieber nach Hause gefahren. Der Arme. Hoffentlich geht es ihm bald wieder besser. Konrad wollte auch unbedingt ins Konzert gehen, weil er ja selber Musiker ist. Er spielt ja Gitarre. Aber seine Oma aus der Schweiz war am Wochenende zu Besuch. Alena war übrigens auch nicht im Konzert. Ihre Mama hatte am Samstag Geburtstag und sie haben ihr eine Überraschungsparty gemacht. Da wollte sie natürlich dabei sein. Das ist ja toll. Und Achmed hatte, glaube ich, am Samstagabend ein Basketballspiel, zur gleichen Zeit wie das Konzert. Nein, nein, das Spiel ist diesen Samstag. Letzten Samstag war er nicht im Schulkonzert, weil er mit seiner Familie übers Wochenende Skifahren war. Ende Teil 2. Teil 3. Du hörst fünf kurze Gespräche. Du hörst jeden Text einmal. Wähle für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Lies jetzt Aufgabe 11. Alles bereit? Der Koffer ist seit vorgestern fertig. Ich habe aber so viele Sachen. Passt der Rest nicht in deinen Rucksack? Er ist zu klein. Ich habe gestern vieles in eine Reisetasche gepackt. Den Rest tue ich morgen in meinen Rucksack. Lies jetzt Aufgabe 12. Du, Miriam hat in zehn Tagen Geburtstag. Wollen wir ihr zusammen etwas schicken? Wir könnten ihr zusammen einen Brief schreiben. Aber nein, vielleicht etwas Besonderes, zum Beispiel ein Paket mit verschiedenen kleinen schönen Sachen. Dafür haben wir nicht genug Zeit. Warum nicht einfach eine Geburtstagskarte? Wir haben noch zehn Tage vor uns. Über ein Paket freut sie sich am meisten. Na gut. Lies jetzt Aufgabe 13. Oh nein! Es ist schon zehn Uhr und die Wäsche ist noch in der Waschmaschine. Das Essen kocht noch auf dem Herd und die Blumen brauchen unbedingt Wasser. Keine Panik. Die Wäsche hänge ich auf. Mir ist lieber, du kochst das Essen zu Ende. Dann mache ich die Wäsche und die Blumen. Kein Problem. Dann gehe ich in die Küche. Lies jetzt Aufgabe 14. Mist! Mir fehlen verschiedene Sachen für diese blöde Bastelei morgen im Kunstunterricht. Was hast du denn nicht dabei? Ich kann dir Buntstifte leihen. Ich habe sehr viele. Danke. Aber Buntstifte habe ich genug. Alles andere fehlt mir. Schau, ich habe zwei Scheren. Hier, nimm eine. Blaues Papier haben sicher nicht alle. Frau Schütz bringt morgen bestimmt welches mit. Lies jetzt Aufgabe 15. Mama, kannst du mich vielleicht morgen mit dem Auto zur Schule fahren? Leider nicht. Ich habe ein Treffen in der Stadt und fahre mit der U-Bahn. Dann muss ich den Bus nehmen. Du kannst gerne auch mit mir mitfahren. Die U-Bahn fährt um Viertel nach sieben. Das ist mir viel zu früh. Der Bus fährt später und die Haltestelle ist direkt vor der Schule. Ende Teil 3 Teil 4 Du hörst ein Interview. Du hörst den Text zweimal. Wähle für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lies jetzt die Aufgaben. 1 2 2 3 5 9 10 10 Vielen Dank. Vielen Dank. Sie zeigen mit ihrem Körper, was ihnen gefällt, was sie nicht mögen und ob sie glücklich oder traurig sind. Man muss die Körpersprache der Pferde lernen. Erst dann kann man mit einem Pferd sprechen. Gibt es bei Pferden bestimmte Körperteile, die besonders wichtig sind, um sie zu verstehen? Die Ohren können uns erste Informationen geben. Der Kopf auch. Besser gesagt, wie das Tier seinen Kopf hält. Und wie bei allen anderen Tieren und auch beim Menschen sind beim Verstehen der Pferde die Augen und ihr Blick besonders wichtig. Verstehe. Thomas, wie bist du eigentlich dazu gekommen, eine Ausbildung zum Pferdeflüsterer zu machen? Mein Vater hatte schon immer Pferde. Ich bin also mit Pferden groß geworden. Schon mit drei Jahren bin ich geritten. Mit der Hilfe meines Vaters natürlich, nicht allein. Ich habe echt Glück, diese wunderbaren Tiere in meinem Leben zu haben. Das glaube ich dir. Und wie schaffst du es mit der Schule? Ich habe versucht, unter der Woche alles zu machen, um die Wochenenden mit meinen Pferden zu verbringen. Um ehrlich zu sein, im Pferdetraining bin ich viel besser als in der Schule. Da klappt es nicht immer mit der Sprache und den Noten. Das ist nicht schlimm. Du möchtest ja eh als Pferdeflüsterer arbeiten, wenn du mit der Schule fertig bist, oder? Ja, auf jeden Fall. Du hörst jetzt den Text noch einmal. Unser heutiges Thema ist Menschen und Tiere. Bei uns ist Thomas, der jüngste Pferdeflüsterer in Deutschland. Erklär uns mal, Thomas, was ist denn ein Pferdeflüsterer? Pferdeflüsterer sind Menschen, die Pferde verstehen, mit Pferden sprechen und sie liebevoll trainieren. Aber wie kann man mit einem Pferd sprechen? Pferde benutzen keine Wörter. Sie zeigen mit ihrem Körper, was ihnen gefällt, was sie nicht mögen und ob sie glücklich oder traurig sind. Man muss die Körpersprache der Pferde lernen. Erst dann kann man mit einem Pferd sprechen. Gibt es bei Pferden bestimmte Körperteile, die besonders wichtig sind, um sie zu verstehen? Die Ohren können uns erste Informationen geben, der Kopf auch, besser gesagt, wie das Tier seinen Kopf hält. Und wie bei allen anderen Tieren und auch beim Menschen sind beim Verstehen der Pferde die Augen und ihr Blick besonders wichtig. Verstehe. Thomas, wie bist du eigentlich dazu gekommen, eine Ausbildung zum Pferdeflüsterer zu machen? Mein Vater hatte schon immer Pferde. Ich bin also mit Pferden groß geworden. Schon mit drei Jahren bin ich geritten. Mit der Hilfe meines Vaters natürlich, nicht allein. Ich habe echt Glück, diese wunderbaren Tiere in meinem Leben zu haben. Das glaube ich dir. Und wie schaffst du es mit der Schule? Ich habe versucht, unter der Woche alles zu machen, um die Wochenenden mit meinen Pferden zu verbringen. Um ehrlich zu sein, im Pferdetraining bin ich viel besser als in der Schule. Da klappt es nicht immer mit der Sprache und den Noten. Das ist nicht schlimm. Du möchtest ja eh als Pferdeflüsterer arbeiten, wenn du mit der Schule fertig bist, oder? Ja, auf jeden Fall. Ende Teil 4 Ende Teil 5 Vielen Dank. Vielen Dank.